Hi, im letzten Video haben wir beobachtet, wie aus Wachtelei die Küken schlüpfen. Und es ist euch wahrscheinlich interessieren würde, was mit ihnen passiert ist. Hallo Leute, heute werden wir in Fortnite diese neue Thanos-Tormas-Tormas-Anus fangen und selber spielen. Aber erstmal gebe ich dem Typen hier drin so'n Headbanger, dass er nicht mehr weiß, wie er selbst heißt. Mein Freund, du hast... Zwei Optionen. Komm mal! Bye! Have a beautiful day! Ganz wichtig Leute, Falle immer mitnehmen. Irgend so'n Spacki läuft safe in eure Falle rein. Jo Digga, vorbeilaufen und mich ignorieren ist das Beste was du machen kannst. Die Pump ist schon scheiß. Ich mein, was gibt es? 60er-Header oder was? Alter, mit dem 60er-Header kannst du dir den Arsch erwischen. Mir fällt auf, dass ich gegen diesen Thanos-Panos eh keine Chance habe, deswegen nehm ich einfach den Busch und falls der kommt, verstecke ich mich schnell im Busch. Ich rieche Chicken im Busch. Woah! Jason, I wish I'm a beat, baby. Said I pull up, get it, buck, in the ice cream truck. Oh, sister driving while I pipe yo momma in the truck. Oh, we're full of birds and they all trying to cluck. And they treating all my wood like a fucking woodchuck. Bitch, how much wood could a woodchuck? Are you sure about that? On your gravy, had a threesome with your family in a truck, that's nice. Woah! It's so low! And I hop up out the whip and call your dad a fucking punk. New bitch with a nice tan. And she fucking with me cause I'm such a nice man. Goddamn. Ooh, ooh. Goddamn. Babe, 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 babe. We be talking stick-talk, we be talking lick-talk. Honey's in my pants looking like I do the Crip. Walk the blue, honey's new money too. Puppies cute, honey's booty yummy. You a dummy, stupid money. Fuck, honey. Too hard to get that shit out the bottle. Gravy in the sheets with your bitch full throttle. Gravy at the crib playing tag with some models. And they woke up in the morning just a maybe fucking waffles. Nu Transformers, jetzt hab ich dich mal wieder. Oh, ho. Oh, mit Busch oder was? Hä? Digger, der fliegt einfach mit dem scheiß Busch rum. Was geht? seems so new, dude. Whoa, dude. determining how to accept the cover. You need. Untertitelung des ZDF, 2020